Weil sich es mal einen Zuschauer auf Instagram gewünscht hat, mache ich heute ein Video, wo es um sieben Städte geht mit der besten Nummer 2. Kurze Erklärung, wenn ich eine Mannschaft als Nummer 2 bezeichne, ist es egal wie erfolgreich der jeweilige Verein in ihrer Geschichte war. Sondern es geht mir hier nur um die aktuelle Leistung in der Saison 2021-2022. Die Mannschaft, die in der Tabelle unter der städtischen Nummer 1 steht, ist dann die Nummer 2. Um es zu verbildlichen, mache ich mal ein Beispiel. Wenn der FC Anka Wismar auf Platz 4 steht und der PSV Wismar auf Platz 9, dann ist Anka Wismar die Nummer 1 in Wismar und der PSV Wismar die Nummer 2 in Wismar. Ob der PSV Wismar im Pokal weitergekommen ist als Anka Wismar oder in ihrer Geschichte mehr Titel gewonnen hat, ist in diesem Falle egal. Es geht hier nur um die aktuelle Tabellenplatzierung, um es besser vergleichen zu können. Es kann sein, dass einige Platzierungen sich noch in den letzten Spieltagen sich verändern werden. Deshalb der Stand der Erhebung der Statistiken, 9. Mai 2022, 15.12 Uhr. Nummer 7. FSV Frankfurt Den FSV Frankfurt 1899 könnten viele etwas ältere von euch noch kennen. Vor ca. 9 Jahren stande der FSV Frankfurt noch mitten im Aufstiegskampf in die Bundesliga. Nach Absturz von der 2. in die 3. stieg der Verein in derselben Saison, als er dann abgestiegen ist, als schlechteste Tretligamannschaft aller Zeiten in die Regionalliga 4. Liga ab. Auch wenn der Verein in der Regionalliga extreme Probleme hat und die ganze Zeit nur noch um den Abstieg spielt, ist der FSV Frankfurt immer noch die Nummer 2 in Frankfurt am Main. Nummer 6. 1. FC Phoenix Lübeck Der 1. FC Phoenix Lübeck, vollständig 1. FC Phoenix im LBV Phoenix von 1903, ist ein Fußballverein aus der Hansestadt Lübeck. Zwischen 1920 bis 1973, 1974 spielte der Verein regelmäßig in der Erst- oder Zweitklassigkeit, bis dieser in Ende Mitte der 1970er Jahre und Anfang der 1980er Jahre in die 3., 4., 5. oder sogar bis in die 6. und 7. Liga abschmierte. Aufschwung gab es erst sehr, sehr spät 2019-20, als man in die 5. Liga aufgestiegen ist und danach ein Jahr später direkt in die Regionalliga. Dort ist man zwar immer noch hinter der Nummer 1 der Hansestadt, der VfB Lübeck, aber für einen Aufsteiger macht Phoenix gar keinen schlechten Job und vielleicht sind sie bald die neue Nummer 1 in der Hansestadt. Nummer 5. Lokomotive Leipzig Der 1. FC Lokomotive Leipzig ist ein Fußballverein aus Leipzig. Früher kannte man Lok auch unter dem Namen VfB Leipzig, die früher mal in der Bundesliga gespielt haben, aber nach ihrer Auflösung 2004 sich hier in Lokomotive wiedergefunden haben. Lok steht zwar auf einem guten 6. Platz in der Regionalliga, aber an der städtischen Nummer 1 Rasenballsport Leipzig kommen sie leider aktuell nicht mehr heran. Nummer 4. Viktoria Köln Der FC Viktoria Köln 1904 ist ein Fußballverein aus dem Kölner Stadtteil Höhenberg. Der FC Viktoria war zwar immer eine ordentliche Mannschaft in der Regionalliga West gewesen, aber zu den besten zwei Klubs in Köln gehörte dieser anfangs nicht dazu. Nachdem aber der SC Fortuna Köln in die Regionalliga verschwunden ist und dort gar nicht klarkommt, hatte FC Viktoria Köln es nach ihrem Aufstieg in die 3. Liga 2019 es endgültig geschafft, die Nummer 2 in Köln zu werden. Nummer 3. TSV 68 München Denn Giesingen, München, beheimerte Verein, TSV 1860 ist einer der besten Fußballvereine in ganz München. Wenn man sich die Tabellenplatzierungen in der 3. Liga anschaut, dann ist der Klub vielleicht ein kleines bisschen schlechter als der FC Bayern München, aber als Münchens Nummer 2, daran gibt es keinen einzigen Zweifel. Früher sogar waren die 60er die beste und dominierende Mannschaft in München. Aber seitdem die Bayern die Bundesliga regelmäßig gewannen und die Löwen nicht mal erstklassig spielten, ging der Titel als beste Mannschaft Münchens verloren. Nummer 2. FC St. Pauli Zu Beginn dieser Zweitligasaison hätte ich eher den FC St. Pauli vor den Hamburger Sportvereinen gesehen. Aber nachdem der FC St. Pauli ihre Tabellenführung extrem verloren hat und der HSV sogar näher am Aufstieg ist als der FC St. Pauli, ist für mich der Hamburger Sportverein weiterhin die Nummer 1 in Hamburg. Schade darum, denn es wäre das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Stadt Hamburg, dass mein anderer Verein die beste Mannschaft Hamburg wird, außer der Hamburger Sportverein. Bevor wir zu meiner Nummer 2 auf Nummer 1 kommen, zeige ich euch die Vereine, die es knapp auf dieser Liste geschafft haben. FC Oberneuland, HSC Hannover, Schott Mainz und der Rostocker FC. Nummer 1. Hertha BC Auch wenn das viele Hertha-Fans nicht mehr hören können, aber die alte Dame ist seit 2-3 Jahren nicht mehr die Nummer 1, sondern nur noch die Nummer 2 in der Hauptstadt. Während Union Berlin aufgestiegen ist und jetzt die ganze Zeit um die internationalen Plätze kämpft, bekam die Blau-Weiß-Berliner Verein Unmengen an Geld in den Hintern geschoben und spielen trotzdem noch um den Abstieg. Hertha ist vielleicht die beste Mannschaft in Berlin, wenn es um die Geschichte geht, aber um die aktuelle Leistung und um die aktuelle Tabellenplatzierung und um die aktuelle Form ist Berlin nur noch die Nummer 2. Danke an den Zuschauer, der mir diesen Vorschlag per DM auf Instagram geschrieben hat. Absoluter Ehrenmann. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wer bei euch in eurer Stadt die Nummer 2 ist. Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr wissen wollt, wer besser ist, Holland oder die Niederlande oder ob der FC Hansa Rostock tatsächlich aus dem Erzgebirge stammt, dann klickt hier in der Endcard. Dort könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao.